Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute endet das Video, wenn man einen Bonus einsammelt. Und Grüße gehen raus an Feyas und Ömer, meine Klassenkameraden. Let's go rein mit dem Video. Wir dürfen zum Beispiel keine Sneakers, kein Duplikat einsammeln. Münzen und Buchstaben dürfen wir schon einsammeln. Und Boxen dürfen wir auch nicht einsammeln. Also das A dürfen wir jetzt einsammeln. Und zum Beispiel auch nicht irgendwie so ein, wenn man oben fliegt, ich weiß nicht gerade wie es heißt, Chatpack dürfen wir auch nicht einsammeln. Schauen wir, und wenn ich sterbe, endet das Video, also. Okay. Schön die Münzen einsammeln. Das darf ich jetzt nicht einsammeln. Nur das. Okay. Und soll ich mal ein Video machen, wenn ich den besten Subway-Surfer-Skin mir hole? Da war gerade ein Chatpack, das darf ich nicht einsammeln. Das D darf ich einsammeln, das da unten, den Stick darf ich auch nicht einsammeln. Okay. Und den Würfel auch nicht. Und lass gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Das ist das letzte Wort, ich glaube schon. Magneten nicht einsammeln. Okay. Den Sneaker auf jeden Fall nicht. Oha. Wir haben jetzt einfach schon ziemlich viel Münzen. Stell dir vor, das wäre jetzt irgendwie so ein Schuh oder so und ich hätte den jetzt. Das war ja ein Buchstabe. Das wäre der Schuh gewesen. Gott sei Dank habe ich den nicht eingesammelt. Wie findet ihr Subway-Surfer? Soll ich mehr Subway-Surfer machen? Pokémon-Openings? Ja, und das unbekannte Spiel, wo ich heute noch hochlade? Verrate ich euch jetzt mal nicht. Weil sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Oh, ich hätte fast den Bonus gerade eingesammelt, glaube ich. Ich wollte den gerade einsammeln. Oh, das war so knapp gerade. Und die 400 Münzen haben wir jetzt auch. Mein Rekord war, glaube ich, 15.000 Münzen. Oh, Chatpack ist da unten. Okay. Okay. Wir können ja nochmal ein Video machen, wo wir nicht die rechte Seite berühren dürfen, also das rechte Gleis, sondern nur mit den anderen. Aber da wird das Video wahrscheinlich nicht so lange gehen, weil da stirbt man schneller. Da ist ein Bonus. Okay. Das darf ich auch nicht einsammeln. Okay. Nein, ich habe es aufgesammelt. Oh nein, das war es mit dem Video.